Schön, schön, wir haben Besucher. Wie ungewöhnlich, was wollt ihr hier? Hört zu, du Bandit oder ihr Banditen. Ich kann einen Assistent von der Imperialen Armee von der Goldenen Imperium Barbarossa, aber, nee, komme her um euch was zu zeigen, also was eine Lehre zu zeigen und geben. Oh, Mann. Äh, zeigt euch, wir nehmen euch ein Gewahrsam und die Steuern dazu und wieso? Hast du das gehört? Er sagt, die Steuern eintragen. Hört zu, du Pettiglörg, äh, Pettiglörg, du Wicht könnte man sagen, genau. Ich, ich bin Markus, der Wirbelwindachst, die Wirbelwindachst. Siedonia. 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 Du und der Tschüss, äh, wer ist das? Ah, du... Du hast dich selbst, oder? Hehehe. Hä? Hä? Wieso? Wieso Bruder? Gäst du? Siedonia... Der Unmöglich zu äußern, es hat uns gefolgt. Jeder, der... Keine Ahnung, kann ich hier echt nicht erzählen. Ihr sollt lieber hier verschwinden, die Sterne bekommt ihr nicht wieder, bevor ihr es bereut. Ich, der... Renaud, äh... Der zukünftige... Imperi... Imperiale... Held... Rat... Äh... Alten Mund. Ja, geh nicht auf ihr Spiel ein. Hört zu Banditen. Wenn ihr es nicht selbst rausgebt... Wird es euch... Wird es euch... Dann... Entschuldigen... Sch... 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 Scheiße... Ähm... Was willst du... Willst du fighten? Äh... Fighten... Kämpfen... Falilas... Falilas... Los, schnappt euch... Äh... Schnappt ihn... Oder Falilas... Resten, glaube ich... Untergeben... Oder... Ja... Boah... Die Jungs sind... Äh... Gefährlich... Äh... Sind... Ähm... Äh... Äh... Was macht ihr? Los! Kämpft! Kämpft! Na gut... Wir machen einfach... Zwei... Feiner... Schnaufe... Genau... Ey... Gibt es ja nicht... Es ist schlecht, dass wir uns erträgen... Wenn wir einen extra Namen hätten... Die Banditen zum Spiel reden... Schwertkämpfer... Äh... 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 Scheinen so sehr unwichtig zu sein, dass sie... Keine extra Namen bekommen haben... Ihr Jungs seid hoffnungslos... Ich werde es selbst übernehmen... Sidonia... Gib mir... Äh... Hilf mir... Hä? Gut... Ich würde sagen... An Anfang... Man sollte halt... Nur auf Einsicht beschränken... Ähm... Mitteilung umheilen... Ich werde mit... Mitteilung... Gehen... Sidonia... Der wird... Uh... Wir haben hier schon die Magie... Haha... Ist ja krass... Dann werden wir gleich sie einsetzen... Autsch... 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 Das ist böse... Und... Das ist Feuermagie... Ah... 120 Schornes... Gefällt mir... Genau... Wen... Ja... Ob die... Ich sehe... Ja... So... Der erste ist schon mal weg... Das passt uns ganz gut... Ähm... Der wird mal heilen... Auf... Ähm... Der hat noch genug... Der gefällt... Der Held gefällt mir nicht... Und noch ein Feuerpfeil... Uh... Ja... Gut, dass wir auf den jetzt... Dass wir den heilen... Oh... 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 Scheiße... Super... Das ist natürlich... Blöd in den Teilkammern... Nämlich... Keine Tote wiederbeleben... Also... In den Kampf nicht... Das passt ja... Super... Na gut... Kriegt ja noch einen Feuerpfeil... Alles drauf... Kriegt's uns nicht klein... Nicht zwei noch... Ja... Ja... Genau... Na... Feuer drauf... Geht doch... Aha... Das ist natürlich jetzt ärgerlich... Dass der Held jetzt verkackt hat... Natürlich bekommt er... Keinen... Erfahrungspunkt... He... Kotzt das mich gerade an... Gibt auf... Haha... Puh... Seid ihr in Ordnung... Klonomeister? Hm... Nicht wirklich eigentlich... Hehe... Das habt ihr davon... Wenn ihr mich besiegen wolltet... Du hast nichts getan... Ähm... Verdammt... Wie könnten wir verlieren... Von einem... Imperialen Hunden... Fangen... Fangen... Äh... Halt... Äh... Haltet sie... Oder... Fangt sie... Okay... Unsere Arbeit ist getan... Lass uns gehen... Auf... Aus der Hölle... Ja... Und... Wir müssen nicht... Komplett alleine hier rausgehen... Als... Puh... Das... Die... 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 Der Idiot... Äh... Äh... Ist schneller runden... Als nach oben... Äh... Ist schneller... Verhält euch... Ja... Ja... Also... Wir werden... Sie werden uns... Als Helden feiern... In Rockland... Aha... Okay... So... Achja... So... So... Da sind wir... Stehen... Stehen... Ja... Ja... Pan hat schon über 100... Leben... Gut... Aber die Musik ist einfach... Ja... In jedem Gebiet ein bisschen woanders... Okay... Die hier bleibt... Äh... Immer wieder die gleiche... Denn... Das ist einfach die... Weltmusik... Aber... Jedes... Jede Stadt hat seine eigene... Äh... Schlafen... Denn... Dann... Dann wird auch die... Äh... Magie wieder geheilt... Die Magiepunkte... Wieder aufgefüllt... Denn... Wir haben ja hier bei... Cleo... Alles... Verballert... Was wir haben... Pff... 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 Mann... Pff... 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 Mann... Pff... Entschuldigung... Was macht mir liegen da? Den armen Junge... Die Imperialen Soldaten... Pff... Pff... Du... Du hast... Du hast meine Schuhe beludelt... Du Ratte... Kleine Ratte... Wer seid... Ja... Wer zur Hölle seid ihr... Bietet... Äh... Fanzi... Äh... Verschwindet... Pff... Das lassen wir uns doch nicht gefallen... Kling jetzt aufs Maul einfach mal... Glauben mir... Sie dürfen alles... So... Und haben wir... Und wir haben schon den ersten... Fall... Äh... Also wenn man nicht auswählen kann... Auf wem es gehen soll... Dann heißt es, dass es auf alle geht... Außer... Seine eigenen Leute... Aber für die... Paar kleinen Wichtige... Werden wir... Glaub ich sowas nicht benötigen... Aber der macht doch schon Schaden... Gut... Hm... Das ist natürlich immer noch Schade, dass er Level 7 ist... So... Großer Bruder... Bist du... Ehh... Ehh... Bist du... Ehh... 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 Kriegern... Bist du nicht... Oder? Ich kenne... Ehh... Ehh... Ich würde dich kennen, wenn du mich schlagen würdest... Wenn du schlagen hättest... So... Jetzt werden wir ein bisschen verarscht... Denk ich mal... Willkommen zurück, Master Khan... Was ist... Mit den... Banditen... Habt ihr sie Gefangen genommen? Ich... Ich sag den... Meister... Grady... Ich schicke... Ja... Kleineste Geil hier... Bitte warte... Ehh... 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 Und da sind die beiden Manditen... Ehh... Ihr seid schon so schnell zurück... Ich bin... Ehh... Ich bin sehr erstaunt... Ehh... Und über die Emperorarmäe... Ehh... 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 ... von der steuer was hast du gesagt wir haben steuer geklaut wir sind keine steuer diebe wir waren nur in den in den höhlen hier und sind gut wurden immer abgeführt master kann an was bitte nimmt dies eine kleine kleines geschenk schön danke danke sagen wir bekommen 10.000 bits das ist sehr viel das ist viel zu gefährlich so ich will es übernehmen und dann wird es gestohlen thank you danke dank uns wurden die banditen hier festgenommen lasst uns zum nach grimmister gehen ich will ein bericht abgeben zu ein meister ein commander case ist sofort und wie naja eine hatte sie die anderen hatte gut wir haben jetzt 8000 fast 9000 wir schauen kriegen wir noch ein breit hin oder 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 Achja, die... Äh, scheiße. Nein, egal. Äh, das ist... Das ist weit genug, natürlich, dass ich mich durchbekomme. Ich will einen Bericht in Kommando haben. Ich gebe einen Bericht. Könnt ihr einen nachhause gehen? Schlafen? Ich... Ich bin... Ich... Satschal... Ihr tollen... Leute, ich bin alter Typ... Was? Ja... Yeah... Es ist so schön, naja, der macht... Der macht mich zu heulen. Ja... Er plant das nämlich alles... Äh, alle... Die ganze Ehre oder die ganzen... Die ganze Belohnung für sich... ...zubekommen. Lass uns gehen, Paul. Wir bekommen eh keine großen... Äh, keine große Belohnung. Äh, keine große Belohnung. Wir waren schon lange nicht mehr zu Hause. Wir waren schon lange nicht mehr zu Hause. Ich werde etwas spezielles zu essen zubereiten. Gut, Gremio. Du kochst... Du kochst... ...traffic... Das ist äh... Wundersch... Ja, wunderbar. Ted... Konntest du mich begleiten? Äh... Was... äh... Was ist denn los? Ach... Nichts Besonderes... Es ist... Es ist... Es ist nur vorbei. Komm... 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 Komm allein mit... Komm... Rüber... Okay, dann... Drachen... Äh... Geh nach Hause... Ich... Ich... ...sehe dich später. Äh... Ich weiß... Ich hab dir noch etwas später zu erklären. Lass uns Kindheit. Yay... Ähm... Gut... Äh... Wir werden einfach nach Hause gehen jetzt. Endlich zur... Schönen... Homesuite Home... Äh... Äh... In einem tollen Zuhause... Zuhause... Junge Meister... Ich werde ein bisschen Essen vorbereiten... Nein... So... Es regnet... Puh... Ich bin... Ich bin erschöpft... Ich bin... Äh... Ich hab's leid... Dreckiges Futter... Äh... Dreckiges Essen... Zu Essen... Endlich... Mal... Anständiges... Äh... Essen für Menschen... Was sagst du? Äh... Du hast... Äh... Nichts gegessen... Juh... Ist Thomas schon... Juh... Juh... Äh... Du hast recht... Hahaha... Ja... Juh... Junge Meister... Ich habe... ein bisschen Tee gemacht... Hm... Wir können hier lang... Wir werden jetzt hier einen kleinen Speicher ansetzen... Drachens Tagebuch... Ne... Ja... Speichern... Speichern... Und... Das ist jetzt... Genug für heute erstmal... Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme... Bei... Suikon... Bis dahin... Tschüss.